Der Ring der Kraft Zweiter Teil Das Tonal und das Nagual Viertes Kapitel Man muss glauben Ich wanderte den Paseo de la Reforma hinab statt einwärts. Ich war müde. Zweifellos war die Höhenluft von Mexico City schuld darin. Ich hätte auch den Bus oder ein Taxi nehmen können, aber irgendwie wollte ich trotz meiner Erschöpfung zu Fuß gehen. Es war Sonntagdachmittag, der Verkehr war gering und doch verwandelten die Auspuffgase der Busse und Lastwagen mit ihren Dieselmotoren die engen Gassen der Innenstadt in Schluchten voller Smoke. Ich kam am Zocalo vorbei und stellte fest, dass die Kathedrale von Mexico City diesmal noch schiefer stand als beim letzten Mal, als ich sie sah. Ich schlenderte ein paar Schritte durch die riesigen Gewölbe. Ein zynischer Gedanke kam mir in den Sinn. Von dort machte ich mich zum Langunilla-Markt auf. Ich hatte eigentlich keine bestimmte Absicht. Ziellos, aber mit schnellem Tempo lief ich drauf los, ohne mir etwas Besonderes anzusehen. Schließlich landete ich bei den Ständen mit alten Münzen und antiquarischen Büchern. Hallo, hallo, sieh mal an, wer da ist, sagte jemand und klopfte mir leicht auf die Schulter. Diese Stimme und die Berührung ließen mich auffahren, rasch drehte ich mich nach rechts. Vor Überraschung blieb mir der Mund offen stehen. Wer mich da angesprochen hatte, war Don Juan. Mein Gott, Don Juan, rief ich, und ein Schauder lief mir über den ganzen Körper von Scheitel bis zur Sohle. Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Echote er. Ich sagte ihm, ich sei auf ein paar Tage in der Stadt geblieben, bevor ich in die Berge von Zentral-Mexiko aufbrechen wollte, um ihn aufzusuchen. Na schön, sagte er lächelnd. Dann bin ich eben von den Bergen heruntergekommen, um dich aufzusuchen. Er klopfte mir ständig auf die Schulter. Offenbar freute er sich, mich zu sehen. Er stemmte die Fäuste in die Hüften, blähte die Brust vor und fragte mich, was ich zu seinem Aussehen sagte. Jetzt erst fiel mir auf, dass er einen Anzug trug. Diese Unstimmigkeit machte mich ganz betroffen. Ich war verblüfft. Wie gefällt dir mein Takosche? fragte er strahlend. Er gebrauchte das Dialektwort Takosche statt des hochspanischen Traillé für Anzug. Heute habe ich einen Anzug an, sagte er, als ob dies noch einer Erklärung bedurfte. Dann deutete er auf meinen Mund und meinte, mach ihn zu, mach ihn zu. Ich lachte zerstreut. Er bemerkte meine Verwirrung und schüttelte sich vor Lachen, während er sich einmal im Kreis träte, damit ich ihn von allen Seiten bewundern konnte. Sein Anzug war unglaublich. Er trug einen hellbraunen Nadelstreifenanzug, braune Schuhe, ein weißes Hemd und eine Krawatte. Und dies brachte mich auf die Frage, ob er überhaupt Socken einhatte oder ob seine Füße am Ende barfuß in den Schuhen steckten. Meine Verwirrung wurde noch durch den seltsamen Eindruck gesteigert, dass ich nämlich, als Don Juan mich auf die Schulter klopfte und ich mich umträte, gemeint hatte, ihn in seinen Kaki-Hosen, seinem Kaki-Hemd, seinen Sandalen und seinem Strohhut zu sehen, und dass dann erst, als er mich auf seine Kleidung aufmerksam gemacht hatte und ich sie überhaupt erst in allen Einzelheiten wahrgenommen hatte, die Gesamtheit seiner Erscheinung zu einem festen Bild gerann, so als hätte ich sie erst durch meinen Gedanken geschaffen. Mein Mund war anscheinend der am stärksten von meiner Überraschung betroffene Körperteil. Er öffnete sich unwillkürlich. Don Juan fasste mich sanft am Kinn, als ob er mir helfen wollte, den Mund zu schließen. Du kriegst bestimmt noch ein Doppelkinn, sagte er und lachte rhythmisch. Jetzt bemerkte ich auch, dass er keinen Hut trug und dass ein kurzes weißes Haar auf der rechten Seite gescheitelt war. Er sah aus wie ein mexikanischer alter Herr, ein makellos gekleideter Städter. Ihn hier anzutreffen, sagte ich ihm, bringe mich so durcheinander, dass ich mich erst einmal hinsetzen müsse. Er schien zu verstehen und schlug vor, wir sollten in einen nahegelegenen Park gehen. Schweigend gingen wir ein paar Straßen weit, dann erreichten wir die Plaza Garibaldi, einen Platz, wo Musiker ihre Dienste anboten, eine Art Arbeitsamt für Musikanten. Don Juan und ich tauchten in die Menge der Zuschauer und Touristen ein und wanderten durch den Park. Nach einer Weile blieb er stehen, lehnte sich an eine Mauer und zog die Hosen bis zu den Knien hoch. Er trug hellbraune Socken. Ich bat ihn, mir die Bedeutung seines wunderlichen Aufzugs zu erklären. Seine reichlich unbestimmte Antwort war, er müsse heute eben einen Anzug tragen, aus Gründen, die mir später klar werden würden. Dass ich Don Juan in einem Anzug begegnet war, war mir so unheimlich, dass ich meine Erregung kaum beherrschen konnte. Zwar hatte ich ihn monatelang nicht gesehen und wünschte mir mehr als alles andere auf der Welt, mit ihm zu sprechen, aber irgendwie war dies nicht die richtige Situation und meine Aufmerksamkeit wanderte hierhin und dorthin. Offenbar hatte Don Juan meine Verlegenheit bemerkt, denn er schlug vor, wir sollten nach Alameda gehen, einem ein paar Straßenzeilen entfernteren, ruhigeren Park. Hier waren nur wenige Menschen und wir fanden ohne Mühe eine leere Bank. Wir setzten uns. Meine Nervosität war einem unbehaglichen Gefühl gewichen. Ich wagte es nicht, Don Juan anzusehen. Nun entstand eine lange, entnervende Pause. Immer noch ohne ihn anzuschauen, sagte ich, dass die innere Stimme mich schließlich getrieben habe, ihn aufzusuchen, dass die erschütternden Ereignisse, die ich in seinem Haus erlebt hatte, mein Leben tiefgreifend verändert hätten und dass ich ganz einfach darüber sprechen müsse. Er machte eine ungeduldige Handbewegung und meinte, es sei sein Grundsatz, sich niemals mit Vergangenem aufzuhalten. Worauf es jetzt einzig ankommt, ist, dass du dich an meinen Vorschlag gehalten hast, sagte er. Du hast deine alltägliche Welt als Herausforderung angenommen und der Beweis, dass du genügend persönliche Kraft gespeichert hast, ist die unbestreitbare Tatsache, dass du mich ganz mühelos gefunden hast, genau an der Stelle, wo du es solltest. Diesen Zusammenhang möchte ich doch sehr bezweifeln, sagte ich. Ich habe auf dich gewartet und jetzt bist du da, sagte er. Das ist alles, was ich weiß. Das ist alles, was ein Krieger zu wissen braucht. Und was geschieht jetzt, da ich dich gefunden habe, fragte ich. Eines zumindest, sagte er. Wir werden nicht die Probleme deiner Vernunft diskutieren. Diese Erfahrungen gehören zu einem anderen Zeit und zu einer anderen Stimmung. Genau genommen sind sie nur Stufen auf einer endlosen Leiter. Sich mit ihnen aufzuhalten würde heißen, die Bedeutung dessen zu schmälern, was hier und jetzt geschieht. Und das kann ein Krieger sich nicht leisten. Ich spürte einen unwiderstehlichen Drang, mich zu beklagen. Nicht, dass ich irgendetwas bereut hätte, das mir widerfahren war, aber ich sehnte mich nach Trost und Mitleid. Don Juan schien meine Stimmung zu erkennen und sprach jetzt so, als hätte ich tatsächlich meine Gedanken geäußert. Nur als Krieger kann man den Weg des Wissens ertragen, sagte er. Ein Krieger darf nichts bereuen und sich über nichts beklagen. Sein Leben ist eine immerwährende Herausforderung und Herausforderungen sind niemals gut oder schlecht. Herausforderungen sind einfach Herausforderungen. Er sprach mit knappen, ernsten Worten, aber sein Lächeln war herzlich und entwaffnend. Jetzt, wo du hier bist, wollen wir auf ein Omen warten, sagte er. Was für ein Omen, fragte ich. Wir müssen herausfinden, ob deine Kraft allein für sich bestehen kann, sagte er. Beim letzten Mal hat sie erkläglich versagt. Diesmal scheinen die Umstände deines persönlichen Lebens dir, zumindest oberflächlich betrachtet, alles zu geben, was du brauchst, um die Erklärung der Zauberer auszuhalten. Ist es denn möglich, dass du mir etwas darüber erzählst, fragte ich. Das hängt von deiner persönlichen Kraft ab, sagte er. Wie steht's beim Tun und Nicht-Tun von Kriegern der Fall? Ist die persönliche Kraft das Einzige, worauf es ankommt? Bislang, meine ich, machst du es ganz gut. Er ließ eine Pause entstehen, wie um das Thema zu wechseln. Dann stand er auf und deutete auf seinen Anzug. Ich habe meinen Anzug für dich angelegt, sagte er geheimnisvoll. Dieser Anzug ist meine Herausforderung. Schau nur, wie gut ich darin aussehe. Wie gut er sitzt. Na, da fehlt nichts. Tatsächlich stand der Anzug Don Juan außerordentlich gut. Der einzige Vergleich, der mir einfiel, war die Art, wie mein Großvater in seinem schweren englischen Flanellanzug auszusehen pflegte. Er machte mir stets den Eindruck, als fühle er sich in einem Anzug unnatürlich, fremd. Don Juan dagegen war so unbefangen. Glaubst du, es fällt mir leicht, in einem Anzug natürlich zu wirken? Fragte Don Juan. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Nach seinem Aussehen und Auftreten zu urteilen, so dachte ich bei mir, war es für ihn wohl das leichteste von der Welt. Einen Anzug zu tragen, ist eine Herausforderung für mich, sagte er. Eine Herausforderung, so schwierig, wie es für dich wäre, Sandalen und einen Poncho zu tragen. Doch du hast es nie nötig gehabt, derlei als Herausforderung anzunehmen. In meinem Fall ist es anders. Ich bin ein Indianer. Wir schauten uns an. Als stumme Frage zog er die Brauen hoch, als wolle er meine Meinung hören. Der grundlegende Unterschied zwischen einem normalen Menschen und einem Krieger ist, dass der Krieger alles als Herausforderung annimmt, fuhr er fort, während der normale Mensch alles entweder als Segen oder als Fluch auffasst. Die Tatsache, dass du heute hier bist, zeigt mir, dass du die Gewichte zugunsten der Lebensweise eines Kriegers verschoben hast. Sein Blick machte mich nervös. Ich wollte aufstehen und weitergehen, aber er hieß, mich sitzen zu bleiben. Hier bleibst du sitzen ohne Ausflüchte, bis wir fertig sind, sagte er gebieterisch. Wir warten auf ein Omen. Ohne dies können wir nicht weitermachen, denn es genügt nicht, dass du mich gefunden hast, wie es auch nicht genügt, dass du damals Gennaro in der Wüste gefunden hast. Deine Kraft muss sich sammeln und ein Zeichen geben. Ich ahne nicht, was du willst, sagte ich. Ich habe etwas durch diesen Park schleichen sehen, sagte er. War es der Verbündete? Nein, der war es nicht. Wir müssen also hier sitzen bleiben und herausfinden, was für ein Omen deine Kraft herbeiziehen wird. Dann forderte er mich auf, ihm ausführlich zu berichten, wie ich die Empfehlungen ausgeführt hätte, die Don Gennaro und er mir für meine alltägliche Welt und meine Beziehungen mit anderen Menschen gegeben hatten. Ich wurde etwas verlegen. Er zerstreute meine Bedenken mit dem Argument, dass meine persönlichen Angelegenheiten nichts Privates seien, weil sie eine Obliegenheit der Zauberei darstellten, in der er selbst und Don Gennaro mich förderten. Ich bemerkte scherzhaft, dass diese Obliegenheit der Zauberei mein Leben ruiniert habe und berichtete dann von meinen Schwierigkeiten, meine alltägliche Welt beisammen zu halten. Ich sprach sehr lange. Don Juan lachte über meinen Bericht, bis ihm die Tränen über die Wangen rollten. Immer wieder schlug er sich auf die Schenkel. Diese Geste, die ich hunderte Male bei ihm gesehen hatte, wirkte eindeutig fehl am Platz, wenn es auf die Bügelfalten eines Anzugs geschah. Ich war voller Befürchtungen, die ich loswerden musste. Dein Anzug erschreckt mich mehr als alles andere, was du mit mir angestellt hast, sagte ich. Du wirst dich daran gewöhnen, sagte er. Ein Krieger muss beweglich sein und sich harmonisch mit der ihn umgebenden Welt verändern, sei es die Welt der Vernunft oder die Welt des Willens. Der gefährlichste Moment dieser Veränderung tritt immer dann ein, wenn der Krieger feststellt, dass die Welt weder das eine noch das andere ist. Ich muss lernen, dass die einzige Möglichkeit, diesen entscheidenden Wechsel zu überstehen, darin besteht, dass man bei seinen Handlungen so tut, als glaubte man. Mit anderen Worten, das Geheimnis eines Kriegers ist, dass er glaubt, ohne zu glauben. Aber natürlich kann der Krieger nicht einfach sagen, er glaubt und es damit bewenden lassen. Das wäre zu leicht. Einfach zu glauben, das würde ihn von der Verpflichtung entbinden, seine Situation zu überprüfen. Immer wenn ein Krieger sich darauf einlassen muss, zu glauben, dann tut er es als freie Entscheidung, als Ausdruck seiner innersten Wahl. Ein Krieger glaubt nicht. Ein Krieger muss glauben. Er starrte mich sekundenlang an, während ich in meinem Notizbuch schrieb. Ich schwieg still. Ich konnte nicht sagen, dass ich den Unterschied verstanden hätte, aber ich wollte nicht argumentieren oder Fragen stellen. Ich wollte darüber nachdenken, was er gesagt hatte, aber meine Gedanken wurden abgelenkt, als ich mich umschaute. Auf der Straße hinter uns bildeten hupende Autos und Busse eine lange Schlange. Am Rande des Parks, etwa 20 Meter entfernt seitlich von der Bank, auf der wir saßen, stand eine Gruppe von etwa sieben Leuten, einschließlich dreier Polizisten in hellgrauen Uniformen, über einem Mann gebeugt, der reglos im Gras lag. Anscheinend war er betrunken oder ernstlich krank. Ich warf Don Juan einen Blick zu. Auch er hatte zu dem Mann hinübergeschaut. Ich sagte ihm, dass ich aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sei, mir klarzumachen, was er eben gesagt hatte. Ich möchte keine Fragen mehr stellen, sagte ich, aber wenn ich dich nicht um eine Erklärung bitte, dann verstehe ich nichts. Keine Fragen zu stellen, das ist ganz unnormal für mich. Bitte sei normal um alles in der Welt, sagte er mit gespieltem Ernst. Ich sagte, ich verstünde nicht den Unterschied zwischen Glauben und Glauben müssen. Für mich sei es dasselbe. Die Unterscheidung zwischen den beiden Aussagen erschiene mir als Haarspalterei. Erinnerst du dich an die Geschichte von deiner Freundin und ihrer Katze, die du mir einmal erzählt hast? fragte er beiläufig. Er sah zum Himmel hinauf, lehnte sich auf der Bank zurück und streckte die Beine. Er legte die Hände hinter den Kopf und spannte am ganzen Körper seine Muskeln an. Wie immer gaben seine Knochen laute, knackende Geräusche von sich. Worauf er angespielt hatte, das war eine Geschichte, die ich ihm einmal über eine Freundin erzählt hatte, die zwei kleine Kätzchen halbtot in der trockenen Trommel einer Automatenwäscherei gefunden hatte. Sie brachte sie wieder zum Leben und päppelte sie durch vorzügliche Nahrung und Pflege zu zwei stattlichen Katzen heran. Die eine schwarz, die andere rötlich. Zwei Jahre später verkaufte sie ihre Wohnung. Sie konnte die Katzen nicht mitnehmen und fand auch kein anderes Heim für sie. Unter diesen Umständen blieb ihr nichts anderes übrig, als sie in die Tierklinik zu bringen und einschläfern zu lassen. Ich half ihr, sie hinzubringen. Die Katzen waren noch nie in einem Auto gefahren. Die Freundin versuchte, sie zu beruhigen. Sie kratzten und bissen sie, besonders die rötliche, da er sie den Namen Max gegeben hatte. Als wir schließlich die Tierklinik erreichten, griff sie zuerst nach der schwarzen Katze. Sie nahm sie auf den Arm und stieg wortlos aus dem Auto. Die Katze spielte mit ihr und haschte mit dem Pfötchen nach ihr, während sie die Glastür zur Tierklinik aufstieß. Ich schaute mich nach Max um. Er hockte auf der Hinterbank. Meine Kopfbewegung musste ihn erschreckt haben, denn er schoss unter den Fahrersitz. Ich ließ den Sitz nach hinten gleiten. Ich wollte nicht hinuntergreifen, denn ich fürchtete, er würde mich kratzen oder beißen. Der Kater lag in einer Vertiefung im Boden des Wagens. Er schien sehr aufgeregt. Sein Atem ging stoßweise. Er sah mich an. Unsere Blicke trafen sich und mich überwältigte ein starkes Gefühl. Irgendetwas bemächtigte sich meines Körpers eine Art Angst und Verzweiflung oder vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, da ich an dem, was hier gespielt wurde, beteiligt war. Ich verspürte das Bedürfnis, Max zu erklären, dass es doch die Entscheidung meiner Freundin war und dass ich ihr nur dabei half. Der Kater schaute mich an, als verstünde er meine Worte. Ich schaute hinaus, ob sie schon zurückkäme. Ich sah sie hinter der Glastüre. Sie ging zur Pferdnerloge. Mein Körper verspürte einen seltsamen Schock und ganz automatisch öffnete ich den Wagenschlag. Lauf, Max, lauf, sagte ich zu dem Kater. Er sprang hinaus und schoss flach am Boden geduckt wie eine echte Raubkatze über die Straße. Die Straßenseite gegenüber war leer. Dort parkten keine Autos und so konnte ich sehen, wie er am Rennstein entlang die Straße entlang raste. Er erreichte die Kreuzung mit einer breiten Allee und tauchte durch einen Gulli in die Kanalisation hinab. Meine Freundin kam zurück. Ich sagte ihr, Max sei fort. Sie stieg ein und wir fuhren davon ohne ein einziges Wort. In den darauffolgenden Monaten gewann der Zwischenfall für mich eine symbolische Bedeutung. Hatte ich es mir eingebildet oder sah ich wirklich ein unheimliches Flackern in Max' Augen, als er mich entstarrte, bevor er aus dem Auto sprang. Ich glaubte, dass dieses kastrierte, überfütterte und nutzlose Haustier für einen Augenblick ein Kater geworden war. Ich sei davon überzeugt, erzählte ich Don Juan, dass, als Max über die Straße gerannt und in die Kanalisation verschwunden war, sein Katzengeist makellos gewesen und dass vielleicht zu keinem anderen Zeitpunkt seines Lebens seine Katzenhaftigkeit so offenbar gewesen sei. Der Eindruck, den dieser Zwischenfall bei mir hinterließ, war unvergesslich. Damals hatte ich die Geschichten allen meinen Freunden erzählt. Nachdem ich sie immer wieder zum Besten gegeben hatte, gefühle ich mir sehr darin, mich mit dem Kater zu identifizieren. Ich stellte mir vor, ich sei wie Max übermäßig verwöhnt, in jeder Hinsicht domestiziert und doch konnte ich nicht anders als glauben, dass es stets die Möglichkeit eines Augenblicks gab, da der Geist eines freien Menschen mein ganzes Sein erfassen würde, genau wie der Geist der Katzenhaftigkeit Max' aufgeschwemmten und nutzlosen Körper erfasst hatte. Don Juan hatte diese Geschichte gefallen und er hatte ein paar Anmerkungen dazu gemacht. Es sei nicht schwer, meinte er, den Geist eines freien Menschen zu wecken und sich von ihm erfassen zu lassen, doch ihn festzuhalten, das sei etwas, was nur ein Krieger könne. Was soll die Geschichte von den Katzen? fragte ich. Du sagtest doch, dass du meintest, du würdest deine Chance nutzen, genau wie Max, sagte er. Das glaube ich allerdings. Was wir dir beizubringen versuchen ist, dass ein Krieger dies nicht einfach glauben und es dabei bewenden lassen darf. Im Falle von Max bedeutet glauben müssen, dass du auch die Tatsache akzeptierst, dass seine Flucht vielleicht ein sinnloser Ausbruch gewesen ist. Vielleicht ist er in die Kanalisation gesprungen und auf der Stelle verreckt. Vielleicht ist er ersoffen oder verhungert oder vielleicht sogar von den Ratten aufgefressen worden. Ein Krieger zieht alle diese Möglichkeiten in Betracht und dann entscheidet er sich dafür, im Einklang mit seiner innersten Wahl zu glauben. Als Krieger musst du glauben, dass Max es geschafft hat, dass er nicht nur ausgerissen ist, sondern, dass er seine Kraft behalten hat. Du musst es glauben, sagen wir, ohne diesen Glauben hast du gar nichts. Jetzt wurde mir der Unterschied ganz klar. Ich hatte mich wohl wirklich dafür entschieden zu glauben, dass Max am Leben geblieben war, obwohl ich wusste, dass er durch eine lebenslange Verweichlichung und Hetschelei benachteiligt war. Glauben, das ist ein klarer Fall, fuhr Don Khan fort. Glauben müssen ist etwas ganz anderes. In diesem Fall zum Beispiel erteilte die Kraft dir eine hervorragende Lehre, aber du hast dich damit begnügt, nur einen Teil davon zu nutzen. Wenn du glauben musst, dann musst du jedoch den ganzen Vorgang nutzen. Ich verstehe, was du meinst, sagte ich. Ich befand mich in einem Zustand geistiger Klarheit und meinte, ich könne seine Begriffe ganz mühelos erfassen. Ich fürchte, du verstehst immer noch nicht, sagte er beinahe flüsternd. Er starrte mich an. Eine Weile hielt ich seinem Blick stand. Und was ist mit der anderen Katze? fragte er. Ach, die andere Katze, wiederholte ich unwillkürlich. Ich hatte sie ganz vergessen. Mein Symbol drehte sich nur um Max. Die andere Katze hatte keinerlei Bedeutung für mich. Aber das hat sie doch, rief Don Juan, nachdem ich ihm meine Gedanken vorgetragen hatte. Glauben müssen bedeutet, dass du auch die andere Katze in Betracht ziehen musst. Diejenige, die verspielt, die Hände leckte, die sie in ihr Verderben trugen. Dies war die Katze, die voll Vertrauen in ihren Tod ging, erfüllt von ihren Katzen Einsichten. Du glaubst, du seist wie Max. Darum hast du die andere Katze vergessen. Du weißt nicht einmal ihren Namen. Glauben müssen bedeutet, dass du alles in Betracht ziehen musst. Und bevor du beschließt, dass du wie Max bist, musst du erwägen, dass du auch wie die andere Katze sein könntest. Statt um dein Leben zu laufen und deine Chance zu nutzen, könntest du auch glücklich in dein Verderben gehen, erfüllt von deinen Einsichten. In seinen Worten lag eine durchdringende Traurigkeit oder vielleicht war es auch meine eigene Traurigkeit. Lange schwiegen wir. Es war mir nie in den Sinn gekommen, dass ich auch wie die andere Katze sein könnte. dieser Gedanke war sehr beunruhigend für mich. Plötzlich wurde ich durch einen gelinden Aufruhr und gedämpftes Stimmengewirr aus meinen Überlegungen gerissen. Polizisten vertrieben die Leute, die sich um den im Gras liegenden Mann gesammelt hatten. Irgendwer hatte den Kopf des Mannes auf ein zusammengerolltes Jackett gestützt. Der Mann lag parallel zur Straße, er blickte nach Osten. Von meinem Platz aus konnte ich beinahe feststellen, dass er die Augen offen hatte. Duncan seufzte. Was für ein wunderbarer Nachmittag, sagte er und schaute zum Himmel auf. Ich liebe Mexiko City nicht, sagte ich. Warum nicht? Ich hasse den Smoke. Er nickte rhythmisch mit dem Kopf, so als pflichte er mir bei. Lieber wäre ich mit dir in der Wüste oder in den Bergen, sagte ich. Ich an deiner Stelle würde so etwas nie sagen, sagte er. Ich habe mir nichts Böses dabei gedacht, Don Juan. Das wissen wir beide. Es kommt aber nicht darauf an, was du denkst. Ein Krieger und in diesem Fall auch jeder andere darf niemals wünschen, er wäre woanders. Ein Krieger, weil er gemäß der Herausforderung lebt. Ein gewöhnlicher Mensch, weil er nicht weiß, wo sein Tod ihn finden wird. Schau dir den Mann da drüben im Gras an. Was meinst du, fehlt ihm? Er ist betrunken oder krank, sagte ich. Er stirbt, sagte Don Juan mit absoluter Gewissheit. Als wir uns hier auf die Bank setzten, habe ich seinen Tod erspäht, wie er ihn umkreiste. Deshalb befahl ich dir auch nicht aufzustehen. Mach was du willst, du kommst von dieser Bank nicht los, bis es zu Ende ist. Dies ist das Omen, auf das wir gewartet haben. Es ist schon spät, gleich wird die Sonne untergehen. Das ist deine Stunde der Kraft. Schau, der Anblick dieses Mannes ist nur für uns da. Er machte mich auf den Umstand aufmerksam, dass wir von unserem Platz aus eine unverstellte Sicht auf den Mann hatten. Auf der anderen Seite uns gegenüber sammelte sich eine Gruppe von Neugierigen im Halbkreis. Der Anblick dieses Menschen, der da im Gras lag, beunruhigte mich stark. Er war schlank und von dunklem noch ziemlich jung. Sein schwarzes Haar war kurz und lockig, sein Hemd stand offen und die Brust war entblößt. Er trug eine orange farbene Strickjacke, die an den Ellenbogen Löcher hatte und eine abgewetzte graue Hose. Seine Schuhe von einer undefinierbaren verblichenen Farbe waren aufgenestelt. Er lag reglos. Ich konnte nicht feststellen, ob er atmete. Ich fragte mich, ob er sterben würde, wie Don Kwan gesagt hatte. Oder benutzte Don Kwan den Vorgang etwa nur, um mir etwas zu erläutern? Meine bisherigen Erfahrungen mit ihm hatten mich überzeugt, dass es ihm irgendwie gelang, alles in sein mysteriöses System einzubauen. Nach langem Schweigen wandte ich mich ihm wieder zu. Er hatte die Augen geschlossen. Ohne sie zu öffnen, fing er an zu sprechen. Der Mann wird gleich sterben, sagte er. Du willst es aber nicht glauben, nicht wahr? Er schlug die Augen auf und sah mich eine Weile an. Sein Blick war so durchdringend, dass er mich betäubte. Nein, ich glaube es nicht, sagte ich. Ich meinte wirklich, dass dies alles zu einfach sei. Wir hatten uns in den Park gesetzt und schon, als sei alles inszeniert lag da ein Mann im Sterben. Die Welt passt sich an sich selbst an, sagte Don Kwan, nachdem er meine Zweifel angehört hatte. Dies ist keine abgekaterte Sache, dies ist ein Omen, ein Akt der Kraft. Die von der Vernunft aufrechterhaltene Welt macht aus all dem ein Ereignis, das wir einen Augenblick beobachten können, während wir unterwegs zu wichtigeren Dingen sind. Das Einzige, was wir darüber sagen können, ist, dass dort ein Mann im Gras liegt, vielleicht betrunken. Die vom Willen aufrechterhaltene Welt macht es zu einem Akt der Kraft, den wir sehen können. Wir können sehen, wie der Tod um diesen Mann herum wirbelt und seinen Haken immer tiefer in seine leuchtenden Fasern senkt. Wir können sehen, wie die leuchtenden Fäden ihre Spannung verlieren und einer um den anderen verschwindet. Dies sind die zwei Möglichkeiten, die uns als leuchtende Wesen offenstehen. Du stehst jetzt irgendwo in der Mitte, denn du willst immer noch alles unter die Rubrik Vernunft einordnen. Und doch, wie kannst du die Tatsache leugnen, dass deine persönliche Kraft ein Omen angezogen hat. Wir sind in diesen Park gekommen, nachdem du mich an der Stelle gefunden hattest, wo ich auf dich wartete. Du fandest mich, indem du mir einfach über den Weg liefst, ohne zu denken und zu planen oder absichtlich deine Vernunft zu gebrauchen. Und nachdem wir uns hierher gesetzt hatten, um auf ein Omen zu warten, entdeckten wir diesen Mann. Jeder von uns nahm ihn auf seine Weise wahr, du mit deiner Vernunft und ich mit meinem Willen. Dieser Sterbende ist einer jener Kubik Zentimeter Chance, die die Kraft für einen Krieger stets bereit hält. Die Kunst des Kriegers ist es, dauernd beweglich zu sein, um ihn zu packen. Ich habe ihn gepackt, aber hast du es auch? Ich konnte nicht antworten, mir war ein gewaltiger Riss in meinem Innern bewusst geworden und einen Moment wusste ich irgendwie um die zwei Welten, von denen er sprach. Welch ein großartiges Omen, fuhr er fort, und das alles für dich. Die Kraft zeigt dir, dass der Tod ein unentbehrlicher Bestandteil des Glauben Müssens ist. Ohne das Bewusstsein vom Tode ist alles gewöhnlich, banal. Nur deshalb, weil der Tod uns umschleicht, ist die Welt ein unergründliches Mysterium. Dies hat die Kraft dir gezeigt. Ich habe nichts anderes getan, als die Details dieses Omens zusammenzufügen, damit dir die Richtung klar werde. Aber indem ich die Details zusammenfüge, habe ich dir auch gezeigt, dass ich alles, was ich dir heute sage, selbst glauben muss, denn dies ist die innere Wahl meiner Seele. Wir blickten uns eine Weile in die Augen. Ich erinnerte mich an ein Gedicht, das du mir immer vorgelesen hast, sagte er und wandte die Augen ab. Es handelt von einem Mann, der sich geschworen hat, in Paris zu sterben. Wie geht es nur gleich? Es handelte sich um Cesar Valios Schwarzer Stein auf weissem Stein. Die ersten beiden Verse hatte ich Don Juan auf seinen Wunsch unzählige Male vorgelesen und aufgesagt. Ich will in Paris sterben, wenn es regnet, an einem Tag, an den ich mich bereits erinnere. Ich will in Paris sterben und ich laufe nicht weg, vielleicht im Herbst an einem Donnerstag wie heute. Ein Donnerstag wird es sein, denn heute am Donnerstag, da ich diese Zeilen schreibe, spüren meine Knochen die Wände und nie war ich wie heute auf meinem langen Weg mit mir so allein. Dieses Gedicht enthielt für mich eine unbeschreibliche Traurigkeit. Don Juan flüsterte mir zu, er müsse glauben, dass der sterbende Mann genug persönliche Kraft hatte, die ihn befähigte, die Straßen von Mexiko City als Ort seines Sterbens zu wählen. Damit sind wir wieder bei der Geschichte von den zwei Katzen, sagte er. Wir müssen glauben, dass Max wusste, was ihm bevorstand und dass er, wie der Mann da drüben, genug Kraft hatte, um wenigstens den Platz seines Endes zu wählen. Aber dann war da noch die andere Katze, genau wie es noch andere Menschen gibt, deren Tod sie umkreisen wird, während sie allein sind, bewusstlos und an die Wände und die Decke eines hässlichen öden Zimmers starren. Dieser Mann hingegen stirbt dort, wo er immer gelebt hat, in den Straßen der Stadt. Drei Polizisten sind seine Ehrenwache und während er verlöscht, werden seine Augen ein letztes Bild von den Lichtern der Geschäfte auf der anderen Straßenseite auffangen, von den Autos, den Bäumen, den umherrschwirrenden Menschen Trauben und seine Ohren werden zum letzten Mal vom Verkehrslärm und den Stimmen der vorüber eilenden Männer und Frauen erfüllt sein. Du siehst also, ohne ein Bewusstsein von der Gegenwart unseres Todes gibt es keine Kraft, kein Mysterium. Lange starrte ich den Mann an, er lag reglos da, vielleicht war er tot, aber meine Zweifel zählten nicht mehr. Don Juan hatte Recht, glauben zu müssen, dass die Welt geheimnisvoll und unergründlich ist, das war ein Ausdruck der innersten Wahl eines Kriegers. Ohne dies besäße er nichts. Keine die leise 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 die leise